Kelvin. Ja, tausendmal gehört. Keine Ahnung, wo ich es hinstecken soll. Kelvin ist mir eigentlich unbekannt. Kelvin, Kelvin ist wahrscheinlich wie die 500-Euro-Frage. Und da ja auch jeder weiß, Kelvin ist eine Einheit, glaube ich, war das mal. Ein Maßstab für Temperatur. Ich glaube, das ist die Lichtfarbe, das gelblich ist, weißlich ist. Die Kelvin-Zahl beschreibt in dem Sinne die Lichttemperatur, die Lichtfarbe. Das bedeutet, wenn man jetzt in den Innenbereich geht, braucht man ein Ambientelicht, also ein Warmweiß, ca. 2700 Kelvin. Im Bürobereich benutzt man dann ein kälteres Licht mit ca. 4000 Kelvin. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de. Altlampen